Heute für euch, warum Lord Voldemort Elbis Dumbledore wirklich hasste. Das und mehr jetzt in diesem Video. Es war unklug von dir, heute Abend hierher zu kommen, Tom. Man hat sich gefragt, warum Voldemort Dumbledore hasste und warum er nie wirklich versuchte, seinen ehemaligen Lehrer selbst zu töten. Über die Zeitspanne von vier Jahrzehnten, zwei Kriegen und einem Herzen voller Hass auf den Mann, der ihn im Grunde genommen aufgesucht und ihm die Möglichkeit gegeben hat, der Mann zu werden, der er heute ist. Voldemort konnte nicht gerade zahlreiche Attentate auf Elbis Dumbledore verüben, obwohl er einen solchen Hass auf Dumbledore hegte, der aus seinen frühen Jahren stammte. Das spielte wirklich eine entscheidende Rolle dabei, dass Voldemort um ihn herum handelte, während seiner Zeit in Hogwarts und als er den ersten Zaubererkrieg begann. Es scheint auch keinen Sinn zu machen, dass der dunkle Lord seine größte Bedrohung nicht beseitigte, sondern seine Gefolgsleute und sogar ein 16-jähriger Junge versuchten, den Job zu erledigen. Es scheint zwei Hauptgründe dafür zu geben, warum Voldemort nie versucht hat, Elbis Dumbledore selber zu töten. Also verschwenden wir keine Zeit mehr und steigen direkt ins Video ein. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Lord Voldemort mehr als angenehm überrascht war, als er entdeckte, dass der Plan, Elbis Dumbledore zu ermorden, erfolgreich war. Wahrscheinlich hätte er nie erwartet, dass es tatsächlich passieren würde. Obwohl er Dumbledore hasste und immer seinen Tod wünschte, hatte er es nie selber versucht. Obwohl Dumbledore seine größte Bedrohung war, scheint es fast so, als hätte Voldemort strategisch entschieden, ihn nicht zu töten oder es sogar zu versuchen. Möglicherweise erwartete er, dass Dumbledore im Kampf verletzt wird oder dass die gemeinsame Dominanz der Todesser und die Unterstützung der dunklen Mächte den Orden des Phönix einfach überrennen würde, was höchstwahrscheinlich den Tod aller einschließlich Dumbledore zufolge gehabt hätte. In Voldemorts Kindheit im Waisenhaus war etwas, das den jungen Tom Riddle wirklich verärgerte. Die Tatsache, dass Dumbledore die erste Person war, die ihn für sein Fehlverhalten zurecht wies. Es ist kein Geheimnis, dass Tom die anderen Waisenkinder verängstigt und ihnen Schaden zugefügt hat. Aber er entkam jedes Mal der Strafe, weil die Kinder so verängstigt waren, dass sie sich weigerten, etwas zu sagen. Dumbledore erwischte den jungen Tom sofort bei ihrer ersten Begegnung und korrigierte ihn für sein Verhalten den anderen Kindern gegenüber. Er teilte ihm außerdem mit, dass dieses Verhalten in Hogwarts nicht geduldet werden würde. In Hogwarts lernt man nicht nur Magie zu benutzen, sondern auch, wie man Kontrolle über sich selbst erlangt. Diese direkte Auseinandersetzung mit Dumbledore löste einen sofortigen Hass in Tom aus und veranlasste ihn, seine Persönlichkeit zu ändern. Er wusste, dass er seinen Charme und seine manipulativen Fähigkeiten einsetzen musste, um zu bekommen, was er wollte. Was ihn möglicherweise verärgerte, da Dumbledores disziplinarische Maßnahmen ihn tatsächlich etwas lehrten. Was Tom Riddle mehr als alles andere lehrte, war die Tatsache, dass er in der Lage war, alle seine Lehrer zu täuschen. Er gab vor, der Musterschüler zu sein, täuschte sie alle mit seinen zahlreichen Auszeichnungen und Bestnoten. Er rettete sogar die Schule vor einem Monster, das die maulende Myrtle Warren tötete, obwohl wir alle wissen, dass das nicht wahr ist. Er hat Hagrid reingelegt und so viele im Lehrkörper überzeugt, dass er auf dem Weg zur wahrer Größe war. Alle bewunderten Tom Riddle, außer Albus Dumbledore natürlich. Dumbledore durchschaute ihn sofort. Dumbledore wusste, dass Tom nicht aufrichtig war oder ein reines Herz hatte. Er erkannte, dass der Junge einen verborgenen Plan und ein verstecktes Motiv hatte, seinen Plan durchzuziehen. Ich habe mich immer gefragt, ob Albus irgendwann Toms Legitimation manipuliert hat, ohne dass der Junge es bemerkte. Aber es gibt keine wirklichen Beweise dafür. Er war auch eifersüchtig auf die Macht seines Lehrers. Schließlich war der letzte Schüler, der in derselben Reihe von einigen erwähnt wurde, Albus Dumbledore selbst. Während seiner eigenen Hogwarts-Tage hörte er die Geschichten von Dumbledores Macht, seiner Größe und seinem Sieg über Gellert Grindelwald. Wie er als der nächste mächtigste Zauberer seiner Zeit angesehen wurde, betrachtete Tom Riddle Dumbledore nicht nur als die Ebene, die er erreichen musste, sondern als die Ebene, die er übertreffen musste. Denn obwohl er so mächtig wurde, wusste er nie, ob er es mit dem großen Albus Dumbledore aufnehmen konnte. Und das hasste er aufrichtig. Die Unsicherheit darüber, ob er mit Dumbledore mithalten konnte und die Arroganz, die ihm seine Horcruxe verliehen, machten Voldemort äußerst selbstsicher. Wie konnte er jemanden fürchten, wenn er unsterblich war und den Tod nicht mehr fürchtete? Deshalb betrachtete er niemanden mehr als ebenbürtig. Aber irgendetwas stahl ihm gerade mit Albus Dumbledore die Sicherheit. Das ist genau der Grund, warum der Dunkle Lord ihn hasste. Aber Albus Dumbledore war der einzige Zauberer, der Voldemort an sich selbst zweifeln ließ. Und in diesem Zweifel konnte er nicht leben. Er konnte ihn nicht loswerden, obwohl er nun alterslos und sogar unsterblich war. Voldemort konnte immer noch aus seinem Körper vertrieben werden. Und er wusste nicht genau, was es bedeutete, aus seinem Körper vertrieben zu werden und in einer lebenden Welt gejagt zu werden. Und welche Form er dann annehmen würde. Wie wir alle wissen, war es definitiv ein Zustand, in den er nicht zurückkehren wollte. Daher hatte er auch Angst. Weder der Gedanke, dass Harry seine Horcruxe zerstören würde und es ihm noch schlechter ergehen würde als zuvor, noch der Gedanke, dass er seine volle Kraft wiedererlangen und seine Horcruxe in Sicherheit bringen würde, ließen Voldemort in Ruhe. Selbst als er sich tatsächlich mit Dumbledore duellierte, zögerte der Schulleiter von Hogwarts Voldemort zu töten. Er wollte ihn entwaffnen oder bändigen, bis die Beamten des Ministeriums eingriffen. Er konnte es nicht über sich bringen, Voldemort zu töten. Diese Rolle war für Harry Potter vorgesehen. Er wusste das, aber Voldemort wusste es nicht. Voldemort wusste, dass weder er noch Harry überleben konnten, solange der andere überlebt. Und dass Harry die Macht hatte, ihn zu vernichten. Aber das bedeutete nicht, dass Dumbledore den Plan des Letzteren nicht kannte. Im Gegenteil, er hatte Voldemort lange genug aufgehalten, dass der Zaubereiminister selbst erschien, um es zu sehen, dass der dunkle Lord zurückgekehrt war. Voldemort zweifelte wieder an sich selbst, da er nicht in der Lage war, seinen Gegner Dumbledore zu töten. Es bestand kein Zweifel, dass er es versucht hatte. Und er war auch voller Stärke. Dieser Mann war jahrzehntelang ein ständiges Hindernis gewesen und blieb dies auch nach dieser Begegnung. Die Wahrheit ist, dass der Zweifel ihn unbehaglich gemacht hätte, wenn Dumbledore von der Hand eines anderen gestorben wäre, wie es einem Hauptbösewicht entspricht. Ihr wisst alle, wie es läuft. Der Bösewicht schickt seine Diener aus, um den Job zu erledigen und sie sollen dann zurückmelden, ob die Person tot ist. Aber in Wahrheit konnten sie den Job nicht wirklich erledigen. Dasselbe galt für Voldemort, aber er hatte ein anderes Motiv. Also lasst uns zum zweiten Grund übergehen. Der zweite Grund dafür, dass der Dunkle Lord eine Situation schaffen wollte, die er ausnutzen konnte, unabhängig davon, wie es ablief. Basierend auf dem, was wir bisher gesehen haben, ist klar, dass Voldemort Dumbledores tot wollte. Er war auch extrem wütend auf Lucius Malfoy, weil er versagt hatte, die Prophezeiung zurückzubekommen. Nein, ich denke, dass der Dunkle Lord kein Idiot ist. Tatsächlich ist er äußerst clever und nutzt seine Intelligenz gezielt aus. Er nutzte seine Intelligenz und Cleverness, um Lucius Malfoy zu bestrafen, indem er seinen 16-jährigen Sohn Draco Malfoy ins Zentrum des Geschehens rückte und ihn aufforderte, Dumbledore zu ermorden. Voldemort wusste, dass Dracos Jugend und Unerfahrenheit gegen ihn spielen würden. Und genau das geschah auch. Draco war geistig nicht bereit für eine derartige Aufgabe und besaß nicht die Dunkelheit in sich, um tatsächlich jemandes Leben zu nehmen. Obwohl Draco gerne viel redete, fehlte es ihm an Entschlossenheit bei der Umsetzung. Voldemort sah das anders. Er wusste, dass er von der Situation profitieren würde, egal wie sie ausging. Falls Draco versagen sollte, würde Voldemort höchstpersönlich den Jungen bestrafen, was für Lucius und Narcissa unerträglich wäre. Lucius würde wahrscheinlich sogar noch stärker gegen Voldemort rebellieren, wenn sein Sohn getötet werden würde. Auf der anderen Seite könnte Draco, wenn er Erfolg hätte, Dumbledore ein für allemal erledigen. In diesem Fall würde Draco als königlich und stark genug angesehen werden, um Voldemort zu dienen. Und Lucius würde für seine Bemühungen des Sohnes gelobt werden. Es könnte sogar sein, dass der Dunkle Lord eine weitere Konfrontation mit Dumbledore vermeiden wollte. Er war sich bewusst, dass es einen anderen Weg gab, die Situation zu lösen, der nicht unbedingt den Einsatz seines Zauberstabes erforderte. Er entschied sich dagegen, Dumbledore zu töten, weil er nicht sicher war, ob er dazu in der Lage wäre. Die Flucht des Malfoy-Jungen sollte stattdessen genutzt werden, um den Job zu erledigen. Er schien, als versuchte Voldemort, seine eigene Unfähigkeit zu seinem Vorteil zu nutzen. Besonders im Film Der Orden des Phönix war Ralph Fiennes. Der Voldemort spielte unglaublich darin, den kombinierten Ausdruck von Schock, Ungläubigkeit und Frustration zu zeigen, als einige seiner mächtigsten Zaubersprüche von Dumbledore blockiert wurden. Dies zeigt meiner Meinung nach die beeindruckende Beherrschung und Erfahrung von Dumbledore, besonders in den Momenten, in denen er Voldemort scheinbar überlegen ist, wie etwa beim Abschneiden des Kopfes der Feuerschlange oder beim Einschließen Voldemorts in eine Wasserkugel. Diese Momente offenbaren Zweifel und Unsicherheiten bei Voldemort. Ich hoffe, dies gibt euch ein besseres Verständnis dafür, was passierte, als Voldemort entschied, Dumbledore nicht persönlich zu töten und warum sein Hass auf Dumbledore so tief verwurzelt war. Und das war's mit diesem Video. Wenn du eine andere Meinung hast oder auch mir zustimmst, schreib es gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen. Wir lachen gleich wieder. Und wir lachen wieder.